Was geht ab Abitur drehen? Hier ist Leo, dein Abitur-Coast. Zeit für das nächste Level. So Leute, wir sind heute in Berlin und zwar geht's zur Awesome People Conference 4. Marty ist wieder hinter der Camp, filmt wieder ein paar geile Third-Person-Shots für euch. Und heute für euch, wahrscheinlich für die meisten von euch ganz besonders, die Jungs von der Simple Club werden auch da sein. Könnt ihr euch drauf freuen. Die ist halt, das fand ich halt das Geile. Weil ich meine, das siehst du halt auch in den Kommentaren. Die ganze Zeit so, oh ja, 07, Streber, bla bla bla, hat bestimmt keine Freizeit. Und sie meinte halt so, also ich hatte Freizeit. Das Geistes war ja, sie wollte ja nur in Anführungsstrichen 1,3 schaffen. Und alle anderen haben so ein paar Schneiden, schafft 1,0 und 1,0 ist die so, ja, schauen wir mal. Und dann ist halt 0,7, ne? Aber das ist so geil, weil sie bestätigt halt voll so eine These, die ich halt in der letzten Zeit so vorausgemerkt hab. Es geht so, klar, du musst viel lernen, wenn du nichts weißt, kannst du nichts hinschreiben. Aber gerade die, die sich so übes reinstressen, sind immer die, die 1,0 haben wollen, aber dann im Endeffekt nur 1,5 haben. Weil sie halt voll verkacken. Aber die ist dann schon in sich als Person sehr lernaffin, dass ihr die Sachen leicht fallen, oder? Ja, also. Ja, sie, 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 was glaub ich bei ihr so eine der entscheidendsten Sachen war, seit Jahren war einfach gut. Und hat halt einfach diese Routinen drin, halt einfach vernünftig zu lernen. Aber ist schon saulustig. Weil auch wie so ein Video abgeben kann, ne? Wie viel hast du schon? Hast du 100.000 mittlerweile? Über 200.000. Wirklich? Ich hab's doch vorgestern erst gesehen, da waren es noch 60. Oh mein Gott. 200.000. Wie viel Abos jetzt? Über 13.000. Alter! Ist halt echt wie Weihnachten. Ist das lächerlich von diesem einen Video? Was ist denn? Mh. 215.000. Was zur Hölle? Alter! Warum ist es jetzt noch mal so viel mehr abgelehnt? Ich hab's bei 67.000 gesehen. Ja, ne? Ich dachte halt auch so, ich dachte mir so, okay, wenn das, wenn das 20.000 ist, ich dachte mir so, okay, 20.000, 30.000, das kann ich mir vorstellen. So, da hoffst du ja auch mit so einem Titel und wenn es nicht mal Clickbait ist, dann mega geil. Aber dann geht das so auf 60.000. Okay, dachte mir, Alter, das war ja so krass. Dann hab ich dann irgendwann so, weil du denkst halt so, okay, am Ersttag geht's ab und dann schwächt das Ich hab dann gestern zu ihr gemeint, Alter, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt über 140.000 Aufrufe. Ich so, ja, voll krass. Ich denke, das würde ich jetzt so bei 150.000, 60.000 einpendeln und dann passt es. Ich dachte mir, dann aber wirklich. Oh Gott, Alter. Und jetzt, jetzt ist halt wieder, ne? Samstag, vielleicht viele Leute am Vormtags nichts zu tun. Jetzt, jetzt. Meinten dann zwischenzeitlich mega viele. All über die Tatsache, dass das nicht. Da dachte einer tatsächlich, Weil YouTube hat dann gesagt, Moment, das geht zu schnell, hat dann Abos wieder abgezogen. Was? Dann hatte ich das hochgeladen. Ja. Und da stand wir auf einmal bei 9.723 oder so. Mhm. Und alle dachten sich so, hey, what the fuck, was das für ein Typ, der 10.000 Abos beschlugen, obwohl es noch gar nicht so ist, ne? Und dann echt so, ich so, ja, ne, das geht zu schnell. YouTube hat nochmal nachgerechnet, aber wir sind schon wieder bei 9.900. Sollte dann in einer Stunde wieder passen. Sorry, 10 Minuten. Das war ein echt perverses Gefühl, ey, du machst so diesen YouTube-Live-Counter an, hockst dich so davor mit einer Flasche Wasser. Wie Casey, da ist halt so immer mit 10.000 pro Sekunde oder so. Und hockst du da so, plus 4, plus 5, plus 6. Das ist halt so crazy. Na, Jungs? Wie geht's? Sehr gut aus dir. Na, alles gut. Fresh out your ass. Gleich spot in der... Ich mach hier mal einen auf reserviert. Mach einen auf reserviert, ich meine. Ja, das ist Mati, der kennt euch auch. Ah, der Glückwunsch zu. Okay. Also ist ja ein Duber, man. Äh, ja, 13.600 mittlerweile ist. Das ist halt übel heftig. Das ist halt übel heftig. Ähm... Wir sind jetzt bei mittlerweile über 200.000 Aufrufen. Das ist so verrückt im Bildcamping. Das ist so verrückt. Das ist crazy. Gary V, one piece of content can change your life. Ohne Scheiß. Ich hab gestern geguckt, da waren 288. Dann gucken wir so vorhin irgendwie. 200, irgendwas ist das Wort, Alter. Was geht denn hier ab? Ich hab gestern noch mit Magdalena, ähm, geschrieben. Und dann meint die so, alter Leo, ich hab jetzt nochmal drauf geguckt. Hat ja gerade 140.000 Aufrufe. Und ich so, ja, ja, übel krass. Ne, ich mein, so, ich geh jetzt mal davon aus, dass ich so bei 160, 180.000 einpann. Weil krass, eigentlich, es geht ja schon seit vier Tagen viral. Musst du auch mal wieder reichen. So, jetzt mal 12. Hier ist natürlich in den letzten zwölf Stunden nichts passiert, weil alle pennen. Aber mal schauen, wenn heute, wenn heute Vormittag noch Leute ein bisschen Langeweile haben. Das Team ist halt der Game Changer, ne? Ich glaub ich auch. Und das nimmt mir so viel Zeit raus. Der, der Podcast. Ja, ja. Ist ja eigentlich... Ich hab das so geil, allergeilste. Ich hab ihn mir gestern beim Einkaufen selbst angehört, weil ich so geil fand. Also ich wollte eigentlich nur hören, ob ich irgendwas verbessern kann, so. Aber dann hör ich das so. Ich denk mir so, krass, Alter, ich weiß schon, was der Typ sagt, aber es pusht mich. Ne, aber das ist halt so krass, ne? Eigentlich, es gibt ja so viele Leute, die machen eine Folge in der Woche, ihren Podcast, sodass es ihr Business. Und für mich, ich denk überhaupt gar nicht mal den Podcast nach. Ich check gar nicht mal, dass wir einen Podcast haben. Ich mach einfach nur die Aufnahmen, lad's in die Drive hoch. That's it. Na? Ich bin nicht kennenzulernen. Leo. Ich hab ihn ja noch nicht. Mach ihn ja. Also ich weiß ja, du bist das. Du bist... Weil ich hab in die zweite Runde nicht so... Deswegen ist das für euch natürlich die VIP-Plätze, ne? Ja, aber du darfst sicher Platz werden, so dass noch keiner hier ist. Nein, glaub ich. Aber gehst du dich jetzt los? Ja, ja, wir starten jetzt. Ja, eben. Aber lass uns gerne später sprechen. Ja, voll gerne. Die einen auf den Boden der Tatsachen bringen sozusagen. Auf deinen Rock Bottom. Und genau wie du gesagt hast, die Menschen, die wirklich was bewegt haben. Ich glaub das waren die, die sich getraut haben, genau dort zu sein. Genau bei Rock Bottom anzukommen. Genau Leben leerer sein zu lassen. Und die Tiefen und den Schmerz einfach da sein zu lassen. Und was für ein Geschenk ist es dann für uns, diese Geschichten anzuschauen und zu verstehen, dass auch unsere Umwege, auch unser Schmerz Geschenk sein kann. Und das aller, allerwichtigste eigentlich ist, weil es dann wieder uns erinnert. So, hey, denk doch mal genauer nach. Vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg gerade. Und noch mal tiefer fahren und noch mal tiefer gehen und immer weiter gehen. Das ist wunderschön. Die Schüler haben 150 Euro bekommen und mussten dafür dann vier Wochen lang komplett alleine überleben. Sie haben sich irgendein Ziel rausgesucht und sind dann mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren und mussten sich dann selber in der Gruppe organisieren, Essen kaufen, alles mit, also komplett alleine quasi zurechtfinden. Pro Person 150 Euro. Klaußer pro Person, ja. Crazy. Schon krass, ne? Ja, Wohnung? Ja, genau. Und es war dann so, dass die dann, wenn die nicht mehr so viel hatten, dann mussten die irgendwie zu anderen hingehen und sagen, ey, kann ich bei dir Geschirr spielen und darf bei dir dafür schlafen oder so. Weißt du, so einfach rausgehen und so diese menschliche Interaktion. Ja. Und die können das alle schon, aber die kriegen halt, in der Schule hast du ja immer dieses sichere, weißt du, wo alles so, ja. Eigentlich kann nichts passieren. Mhm. Aber die haben ja nie dieses Abenteuer leben, wenn du mal außerhalb der Schule bist. Und eigentlich können die das alle, aber die dürfen halt. Weil ich halt die nächsten drei Jahre nicht da, also ich muss kein Cashflow generieren. Klar, Cashflow ist cool, wir wissen es immer. Mhm. Aber es ist halt überhaupt nicht so, dass ich mich nicht so krass. Was bei mir halt der Punkt ist so, ich bin jetzt seit einem Monat auch extrem krass ganz in diesem hochpreisigen Denken drin. Aber natürlich die Zielgruppe, Elf- und Zwölfklässler, die haben jetzt natürlich nicht so viel Geld. Weißt du, dich hochpreisig oder was? Ab 3.000 Euro für irgendwie ein Coaching oder sonst was. Ähm, deswegen würde mich super spannend interessieren, was du von dieser Strategie denkst. Und zwar, was ich mir überlegt habe, eigentlich ist es doch so geil für die Community, halt wirklich die Elf- und Zwölfklässler. Einfach halt möglichst viele Sachen for free raushauen. Vielleicht so von mir aus günstig, was weiß ich, oder mal für 400 Euro in der Reise. Halt nur solche Sachen. Und einfach da machen, machen, machen. Und da sozusagen höchstens break even, wenn überhaupt. Einfach nur halt richtig starke Brand aufzubauen, wo Leute dann, ich sag immer, wenn quasi... Das Ziel sollte sein, dass 9 Klasse ihre Eltern anfliehen, dass sie die 10. Klasse überspringen dürfen, dass sie schnelle Elfte sind, um sich dann Abitur-Leb nennen zu dürfen. So liebe Freunde, herzlich willkommen zur Awesome People Conference. Heute sind Alex Isicke und Nico Schott von The Simply Club. Mega schön, dass ihr dabei seid. Ja, von uns auch. Remote Work, eine No-Manager-Struktur, sowie freie Urlaubseinteilung haben ihre Unternehmen produktiver gemacht. Sie brechen jegliche Regeln der klassischen Manager-Literatur und erreichen dadurch außergewöhnliche Resultate. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Ansage und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Nice. By the way, das haben wir geschrieben. Was würdet ihr sagen, ist der Grund dafür, dass die Leute Bock haben, bei euch zu arbeiten? Vor allem der Grund, dass wir ihnen genau die gleichen Freiheiten einräumen wollen, die wir auch selber von unserem Leben erwarten. Und das ist vor allem Freiheit, das zu tun, was man will und wann man will und wo man will. Das haben wir tatsächlich gemerkt, als wir die ganze Firma gegründet hatten. Wir hatten hier ein Büro in Berlin, hier um die Ecke sogar. Reichenberger Straße, das ist hier in der Nähe. Und da hatten wir gedacht, wir müssen da ein Büro aufziehen und die Leute müssen da jeden Tag hinkommen und so weiter. Und irgendwann hatten wir aber selber die persönliche Situation, dass wir mehr Freiheit brauchten, unterwegs zu sein. Und auch mal weg vom Geburts zu einem, dann standen wir vor dem Punkt, wollen wir das nur uns selber anbieten und dann in die Firma gehen und sagen, jo Leute, wir sind zu verpissen, wir sind mal für vier Wochen, aber jo, hock hier weiterhin. Oder sagen wir, wir bauen ein System auf, das jedem Mitarbeiter diese Freiheit gewährt und trotzdem produktiver ist als vorher. Jo, ich bin der Leon. Meine Mission ist sozusagen, das Unternehmen für Oberschrumpfenschüler aufzubauen. Und ich musste gerade, als ich gewählt habe, so ein richtig geiler Content und zum anderen musste ich auch echt den Arsch aufladen. Ich habe gerade von hinten ein bisschen geleistetrieben. Und dann ist auch quasi meine zweite Teamchefin mit reingejoint und meinte so, wie krass ist das denn, wie viele Parallelen da einfach da sind. Und ich habe mir gerade gedacht, klar, wenn wir einfach die Sachen, die ihr gerade gesagt habt, wo ihr über euren Learnings, und das habt ihr in der Vergangenheit gut gemacht, sind genau die Sachen, wo ich mir denke, wenn wir die jetzt richtig umsetzen, dann kommen wir halt auch in ähnlichen Größenordnung wie euch, weil bei mir ist aktuell so, bei mir läuft alles sehr gut, nur jetzt halt einfach die Challenge der Stellierung, das heißt halt wirklich Teamaufbau, Prozesse optimieren, wo man auch merkt, okay, man nimmt am Anfang Leute rein, weil es super krass für NSU, da wollen Leute mit uns mitarbeiten, und dann merkst du halt, hey, der setzt das nicht so um. Einfach wie man da umgeht, das noch mehr automatisiert, was wir ja zu kurz verspannen sprechen. Ein Team von 10 bis 20 Leuten vielleicht, noch nicht auf eurem Bereich, also niemand halt bezahlt oder Fulltime, aber halt alle neben der Schule und haben halt mega Bock und seid voll am Hasseln. Im Prinzip da mitzutrauf Teamaufbau, Prozessoptimierung und natürlich auch allgemein mit der Zielgruppe Schule, also wie ihr da vom Business-Aufbau gerade gebildet. Das wiederholt sich eigentlich mit dem, was wir gesagt haben, also zum einen musst du gucken, was ist so wirklich the one thing, die Sache, die ich jetzt umsetzen will, was ist das, was meiner Firma am meisten zum Erfolg verhilft, und dann guckst du, was für einen Prozess brauche ich dafür, und was will ich damit irgendwie skalieren, will ich mehr Coaching-Leute bekommen, kann ich das dann auch selbst handeln, brauche ich vielleicht andere Coaches, dann weißt du, okay, dann müsste ich aber andere Coaches ausbilden, und dann musst du genau wieder überlegen, was macht mich als guten Coach aus, was macht ein Coaching von mir aus, und kann ich da vielleicht ein Stück drücken. So Leute, ich bin wieder zurück am Flughafen, war ein richtig geiles Event mit Jungs von Zippe Club. Alex, Nico, fette Schauter an euch, auch an Jungs von Mindsheets, Alan und Alex, ich glaub mit Alex, an Rob, an alle anderen, die ich gesehen hab, richtig, richtig geil. Die Jungs haben mir nochmal richtig viel gezeigt, die Jungs von Zippe Club, weil die natürlich genau die Entwicklung durchgemacht haben, die uns jetzt bevorsteht, und da konnte ich so viel Learnings draus ziehen, und ich glaub, dass ich noch ganz, ganz viel von denen lerne. So Leute, ein sehr, sehr langer Tag, mit definitiv Schlaf, man geht vorüber, äh, ich bin echt fertig, außer ein geiler Tag, geiler Tag, mega, mega nice, ich bin mega happy, ähm, ich geh jetzt pennen, musste ja aber aufs Klo, deswegen in diesem Sinne denken dran, ich glaub an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo.